hi leute und willkommen zu einem weiteren video auf dem kanal heavy style lehrzeichen und natürlich hd zusammen mit moemi tag tag wo gehst du hin was heute sollen wir zusammen in 1 ich würde ich nicht sagen weil er nur ein team ist schatz bei mir ist er beim messer ach du auch scheiße du ist das ja ich bin bei dir aus vorsehen gelandet okay dann wurde wachstern aus schönen tag noch eine warte ich nur noch die pampel mit dir nicht liegt als eine waffe für mich in den du hast du das jetzt aber das haus allein zu bieten ach so ja okay ja jetzt noch eine truhe ist diese piste die rost epic oder ich habe blauer m4 nice kommen wir so schnell wie es geht ja ich komme ich komme ich habe das waffe ich kriege das besuch ich brauche mich raus es ist so scheiße weil man weiß dass man besucht wie soll ich mit schrot reinkommen bist du das ja gut ich muss auch dass ich noch mal ein spieler dummer ich bin wieder verstehe ich bleibe gut tschüsse auf dich nee nee ich hatte kein schild so ja wenn die schilder das kommt noch ein bisschen besser denn immer und ja müssen wir oder wollen wir mal duo versus gut können wir mal lieber lieber mit aufhören oder normal ich kann maximal noch so eine dreiviertel stunde ja ich auch nicht viel länger bei 6 muss ich weg okay wir kommen von da oben wollen wir ich bin jetzt aber glaube ich team oder hast du gemacht nein du hast du gemacht okay ja bei mir stand gerade team mit aufhören aber es ist das packt in letzter zeit richtig um natürlich weit unten jetzt schon wieder gehen wir rote backsteine aus hier ist kein anderer gehst du in tomato rein ja ich liege mit dem pang und falls du noch gesagt ach verwechseln ist das hat immer eine pang und dann sein ja ich habe schon mal eine grüne pang νtour dass du dir nicht nur ein netziger was ich mir schon sagen nein schaue keine truhr grüne pang ja spielt die dir eine grüne salva an Ja, klingt gut, nehme ich gleich. Noch eine Pumpe, ich habe eine Pumpe für dich. Welche Farbe? Grau. Okay. In meinem Waffenkonzept fehlt jetzt nur noch eine Waffe. Das ist eine Pumpe. Ich habe nur zwei Pums. Eine graue kriegst du. Ja, ich habe eine Salve. Ja, kriegt die? Welche Farbe? Ich habe auch eine Sniper für dich. Hast du schon eine? 4, ja. Ja, warte, ich droppe die auch eben. Warte, kriegst du da auch noch. Hast du auch schon einen Sniper? Ja. Nice. Hauptsache, das warst du schon, ne? Ja, da warst du schon. Danke, war ich auch schon. Chill? Hast du noch ein bisschen Punk an Muni? Ich habe 20 Muni. Ja, ich brauche dann vielleicht mal 5 oder so. Ja, ich gebe dir jetzt chill. Ah, okay, Lounge-Armonie. Warte, ich gebe dir, ich gebe dir. Wo bist du? Ich komme. Ich stürb dir. Ah, nee, warte, ich habe gerade schon, was ich euch gefunden habe. Pass, pass, pass. Ich habe gerade schon welche gefunden, irgendwo. Ich weiß nicht, wo aber passt. Okay. Hey, ich verstehe es bei mir aber auch nicht. Ich fühle mich mit 10 Schuss viel sicherer, weil die Zahl einfach kleiner gedruckt ist. Bogi-Granate nehme ich mal mit. Ja, die habe ich da hingelegt, weil ich keinen Platz habe dazu. Ich habe jetzt einfach Schildrang mitgenommen, weil ich gleich wieder so mini-schilde. Grüne Pumpkorn. Ja, nein, jetzt haben wir beide Pumpkorn. Hier in diesem kleinen Hütchen hier auf der anderen Seite habe ich mal eine Snapper gefunden. Schildern. Eine Seilwinde graue. Egal. Hast du schon mini-schilde? Nein. Weil das Ding ist, ich habe jetzt einfach zwei Schildtränke. Ja, ich gebe so oder so einen Abweichleich sowieso noch auf die mini-schilde warte. Hier dann. Darf ich den nehmen? Ja, ich trinke meine noch nicht, weil ich jetzt noch auf mini-schilde warte. Ja, findet man eh immer. Bist du schon wieder oben? Ja, also noch nicht ganz oben. Lass aber nicht Container gehen, oder? Nee, nee, ich wollte nur kurz gucken, ob in diesem kleinen Häuschen da, ne, die Schilde sind. Jetzt bleibt noch Tunnel übrig. Wo sind denn da hin? Willst du da rein? Jo. Ja, stimmt, da war ja keiner noch. Seine in der Zwischenzeit war da so. Hier habe ich erstens zwei Typen gesnackt. Ich bin dauernd. Ich bin dauernd. Junge. Ich bin dauernd. Hinter uns, wir haben die ganze Zeit verfolgt. Säcke. Achtung, 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 Achtung. Nein. Ich habe es halt erst gar nicht gecheckt, von wo die kamen. Wollen wir jetzt mal Team machen? Ja, gut. Imian? Ja. Oder sollen wir Duo? Äh, ist mir egal. Oder kommen wir mal in einer Duo? Also, ich habe Italy hat und früher, die ich sowas aus shame und Leute tun gute. Das sind es Zeit, um das zu tienen zu finden. Ich habe den Kopfos in de Famerland. Doch! Ich habe einen schief! Wer ist eigentlich Hände, Mann? Hendrik aus Südburg. Oh mein Gott. Ich komme mit. Wo gehen wir hin? Lonely. Da war ich lange mehr. Wieso? Warum bist du denn gesprungen? Nein, es kommt mit keiner Absicht. Okay, wir kommen auf jeden Fall welche hin, die sind tiefer als wir. Gehst du Aussichtsturm? Ja. Da landen zwei andere. Die sind unter dir gelandet. Hast du Waffe gegönnt? Ich habe jetzt keine Waffe. Ich hole mir kurz die Truhe hier. Schlürf. Nice. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Börse. Nein, ich bin runtergefallen. Nein. Oh, ich bin down. Ich bin runtergefallen. Stark. Pass auf. Kannst du mich eben heilen? Warte. Geht gerade schlecht. Ich bin aus der Sinne runtergeflogen. Wo ist der Typ hin? Nein. Nein. Wenn die rote Ritterin. Gut. Kannst du mich jetzt eben heilen? Ja, ja, warte. Ich habe noch extrem Angst. Ja, baue mich zu, baue mich zu. Ich habe sonst gleich keine Zeit mehr. Nämlich tot. Du hast mir schon viel damit gekreistet. Ohne. Bäh. Bäh. So, wenn er jetzt kommt, dann kann ich heilen. Wenn du sogar dann holen und wir sind. Die waffe. Ich habe halt nur, ich soll ich schlurpsaft nehmen? der schluss aufnehmen oder so mal was für mich ich habe mini schild hatte mal kurz in 6 dankeschön ich nehme den trank geben ich habe verwendet ich habe ich schon genommen scheiße wo war der jampons zone oder typen bisschen späßig gemacht mit anderen wieso war dann der typ ist so schlecht ja 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 bluten kann keiner jetzt habe ich hier in diesem haus lang mal zwei skars eine epic und eine leggi okay ja dann hat es habe ich gehst du ich will die natur wir nicht nur holen hier auf dach ja stung war für dich verbände habe ich dafür ich habe die börse und gleich über die börse oder die bei uns sind es noch nicht fertig diese leute können also nicht nutzen hauptsache die rechten weg zu den gegnern über die empfehlen annehmen oder die börse der mutig besser schicken können also ich habe jetzt mal ein schneider schneider also wenn ich jetzt mal wirklich aus der entfernung starten könnte und nicht so halb abgeschossen wo man nicht bauen kann kann es auch noch was wären das ist jetzt nahkampftechnisch grüne pump du musst es auch ein haben ja hier grüne schrot da lag doch nur eine pump irgendwie ja eine pump ist aber schlechter ach so oder ja also pump dann macht deutlich mehr schaden kommt halt drauf an mit hier da liegt auch noch was schönes blaues drin ja ich kann mit der schrot aber besser spielen das lichter er soll jetzt die pump nehmen aber nein ich nehme schon ja ich habe jetzt auch mal für die entschied das lichter ich habe nur noch einen festen oder dann passt eigentlich alles noch ein das ist doch und dann trotzdem gut ich habe auch nur jumppads hier wird die grüne selber kann ich gar nicht um mir das ist das wird nichts und nicht nur um euch ich gehe schon mal tun ich auch der weiter aussicht wie kommt er schon und hier sind wir dabei im container aber nicht container rein die lockt ein immer so mag ich aber wenn man irgendwie unbedingt rein wir wollen ja ich habe auf jeden fall schon wird mich nicht ganz schnell verschwinden ja ich habe auch kein werk medikit oder bitte bitte die ganz gut aus ne und den kunden wir kommen das jetzt direkt rein und das ist nicht die Zone, das wird ja noch mal knapp Schaffen wir aber wohl noch ein bisschen eng doch schaffen wir was war da drin? ein Schildrang, ne? ein Container war glaube ich gerade ein Schildrang, das ist so verlockend auch nö, wie darf ich den Schildrang nicht einfach auf Yolo noch mitgenommen eher passt in der Zone drin ja hier unten war auch schon das müssen wir gar nicht erst versuchen zu looten ja wir können direkt Marathon wir können direkt weiterlaufen wir machen ein bisschen an auf Marathonläufe, dann passt das schon und ne, und durch Factory auch noch Schüsse von Sniper da hinten, jo Lass sie dir vor ja ich seh's brauchen wir uns nicht mal lieber einbauen dann los, wir müssen in die Zone also ich hab Jumpett ne, falls es bremslich werden würde, so wie gerade Romain wirklich das erste wer nur abgeschossen wird nicht irgendwie drauf schießen oder so einfach nur noch 78 Meter hat er sich gewinnt die haben gleichzeitig geschossen lol also dann das erste was du machst am besten bauen ja ja mach ich sowieso immer nicht gleich in Panik geraten und da rumspringen aber nur gerade eben hatte ich halt da musste ich halt einfach drauf gehen mit der Shotgun, weil der war halt einfach zu nah ja also laut dame solltet jetzt neuen modus gehen das ja ich bin da und ich hab die ganze Zeit ja zu früh gehabt einer verfolgt uns was war das was war das ich hab ich hab die ganze zeit gedacht und zwar folgt irgendwie mein Fernseher gerade ist gerade ganz gut alles abgeschmiert konnte ich nicht mehr sehen und dann ging es wieder neuer modus tatsächlich Robin, mach mal den neuen modus bitte jo Scharfschützengefecht jo alter ich hab richtig Bock da drauf bisschen mit snipen das wird richtiger ja 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 neuer modus warte mal kurz ich mach das mal kurz in der Fortnite Gruppe ähm Leute neuer modus ist gerade rausgekommen äh Scharfschützengefecht ich hab mal eben sprachnachricht in der Fortnite Gruppe gemacht ich hab gerade sprachnachricht erhalten worden liegt dazu ja du gibst hier nur Sniper ich sehe noch nicht mal eine einzige Waffe aber gut ich bin auf jeden Fall zu viert und es gibt nicht wirklich viele Waffen hier läuft ein schwarzer Ritter rum also wenn es jetzt nur Sniper gibt dann sollten wir irgendwo hingehen wo man gut snipen kann ist das Ding ja es gibt doch nur Sniper oder ja es gibt doch nur Sniper oder was wollen die denn mit Mausi Meier ja Tomatum so dann wenn die wenn die jetzt raus springen dann springen wir mit ja okay der eine springt haben wir auch ja ich bin auch mit aber das finde ich schon wieder lächerlich was die Leute machen hm die wollen Fakt die wollen Dingens ne Flasche wollen die jetzt Flasche oder ey vor allem wie dumm Aaron schreibt so ich bin richtig tief scheiße ich weiß ich kann nicht garantieren ob ich so ankomme ich sehe erstmal noch keine Sniper ich denke jetzt mal dass man repetiert hat er jetzt hier nicht so schlecht es gibt doch nur Sniper oder Scharfschutz im Gefecht ja ich habe gerade irgendwas graues gesehen ist dann kann man nur Schnapper sein ja hier ist eine Sniper alles neidbar ich habe auch nichts neidbar du musst halt oft einfach nur Sniper all der Scheiße hier woher auswahrsing geschossen ich habe ein Revolver also Revolver zählt auch als neidbar ja ich nehme das neid alter einer Sniper und sie gerade alter hier war ja noch nie fragt er uns es hat er uns auch ne Sniper im Direktor du bist du ich habe noch ne Sniper ich kann mal zu dir hier was finde da liegt ein Busch rum nice ich nehme da aber nicht mit du musst die Muni Behälter alle mitnehmen ich hab halt schon 36 Sniper Muni und du ich hab 19 aber das passt als ob soviel zu schar zu scharfe zum Gefecht zählt boah ich komme mit dem Reifen nicht klar dann geh ich direkt mal da hab ich dem das geil vor also im Nahkampf nämlich den Rebo also noch ein für mich ein Revolver ja ne leider nicht aber ich bin für ein Schafschutz wollen wir noch rechts oben das Haus looten warte was haben wir hier unlüten Schilddrang oder ne Schilddrang ist das wahrscheinlich in dicem Modus das unnötigste was es überhaupt da gibt doch Schilddrang ist ja übelst wichtig wenn du ein Sniper schluss in den Header dann bist du ja sofort tot ist aber so nein wenn du eigentlich auch noch medikit perfekt medikit das ist perfekt ja aber wenn du halt Schild hast kannst du dir so ein Sniper schluss halt überleben das ist das gute Tor alarm ne hier wird definitiv nicht da aber doch ne nein oder ich hole sie mir jetzt habe ich auch keine Materialien 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 ob die jetzt hier mal die Menschen wichtig sind wollen ja okay ich habe genug Materialien ich kann sie mir holen aber das ist jetzt bin ich mir noch eine Sniper Verbände ich bin ich mir leide wenn ich hier keine Junge ich habe 42 Sniper Moni äh ne repetieren epig nur ne repetieren epig nur ne repetieren epig Verbände kann ich mal mitnehmen ja ja hier sind aber noch mini Schilde ja die kann ich nicht mehr nehmen nicht aber ich würde mal sagen wer hat er um die Schätze gemacht hast du jetzt noch ich habe die du hast die Schätze aufgemacht nein hier hinten ist nicht jetzt oh mein Gott das ist nice komm mal her Robin warte ich habe ein Revolver für dich ich habe ein Revolver für dich nice danke wir sind perfekt ausgerüstet Junge was hast du jetzt alles an Heilung im medikett verbände was medikett und verbände ja gut ich habe medikett 10 Verbände ich habe eine mini Schild dran und mini Schild dran wie viel schuss hast du jetzt für die Sniper 1 60 ich habe gerade der mit kassiert aber dafür gewisse definitiv kein was damit passiert dann machen wir das mal professionell so dass man kein damage passiert oh professionell ich habe mich runter gebaut also wir sind ja richtig toll mit dem Maid hier am interagieren das ist zartbar kennst du Ninja der Ninja aber scheiße ist man wenn man nicht gewinnen kann Regenschirm nicht wo Cordy ist ja ich ja hat man wer gebaut nein wie doch man den Busch nicht mitgenommen oder hast du den mitgenommen ne ich hab den nicht mitgenommen ich hab den weggelegt weil wegen da wo da wird was abgebaut ja okay lass auch eine base bauen oder ich will noch was versteckt komm wir bauen uns jetzt auch eine base nein also ich will den Kampf nicht sozieren weil wir nur zu zweit sind und die anderen auch achso komm dann lass du den Mates gehen schön schön die anderen sind ja zu viert ne jo hier nochmal ich aus wir haben was grünes Revolver die Jungen was grünes Revolver so Jungen wird richtig hart gesnappt Jo wir haben halt schwarzen Ritter an unserem Team ja vor uns vor uns vor uns wacher wer wir haben schwarzen Ritter an unserem Team er hat sich eingeröhnt stürmst du jetzt hier außen hier außen außen hab ihn top ja tschak tschak ja nehm ich mit oder du ich hab keinen ich hab keinen tschak tschak ja wahrscheinlich der Mates ja eh ich glaub ich gut ey voll geil wir haben ein Ritter und einen schwarzen Ritter glaub ich ja ja mein ich ja hab ich grad die ganze Zeit gesagt ja einen roten Ritter und ein ja ein Schildie zwei Schildies ging ja ist sie hat man nicht sagen weil die zonen kommt schon näher du bist ja auch mit also nahkampf passt bei uns jetzt kommen wir gleich noch die leute die die ganze zeit im busch kämpfen was war jetzt schon wieder schwarze ritter geschossen wahrscheinlich im busch es kämpfen hundertprozentig richtig viele im busch sie heißen die dann Subseena und Purga Marschalli alles klappt ich guck mich halt mir immer ganz genau um woran wir überhaupt hin ich habe schuss auf mich oder auf uns zählt von hinter uns lass uns mal eine kleine base bauen alter überlebt man das ohne ohne den ganzen doch schafft ich habe zum Beispiel lebt als ob wie du baut der baum bäume ab das ist doch kein vernünftiger schwarzer ritter ich habe noch nie mir wird gebaut julianne Noch nicht vor uns gebraucht, du warst ein Tout haut heraus. Ich sehe nichts! Ich auch nicht! Ist hier noch ein Gegner drin? Das ist aber exigend! Hab einen! Hab einen Zweiten! Außen! Ich hab ihn gesehen! Ist er weg oder außen? Ja, ich hab ihn gesehen! Ich hab ihn! Ich check hier gerade gar nichts, wer mein Mate ist! Hab ihn! Ich hab vier Kills! Ich null! Bin mal wieder auf dem Feuer, würde ich sagen! Ja! Ich mein, Aim ist heute Müll! Ja, ich hab jeden Kill! Ich hab noch nie! Ich wurde snapped! Ich sehe, ich sehe, ich sehe! Ähm, vor uns! Wo, 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 wo! Cordis! Äh, MB! Ja, ich muss mich halten! Ich heil mich eben! Ich heil mich eben! 150 Schild! Ich wär doppelt bis nett! Ich heil sie jetzt sofort! Ich heil mich eben hoch! Wo sind die denn? Äh, neben uns! Hier bei SE! Ach, da! Voll verplant! Habe ich einen Hit! Deine will mich snapen! Komm! Gott, nein, bitte! Ja, ich, ich ziele selber auf sie! Ja, dann schieß auch bitte! Ja, warte. Nein, ich bin down. Hilfe. Wie, hier hat einer gesniped. Kann ich mich erholen? Hab einen. Nein, ich werde gefinisht. Hilfe. Die wollen mich finishen. Die wollen mich finishen. Die bauen in meine Base rein. Kann ich mich erholen? Warte mal, ich hole den Typen vor. In meiner Base davon nur drin. Kann ich mich einer hochheilen? Hier, bitte, bitte, bitte. Ich kann mich einer hochheilen. Hit. Ich bin down. Ja, sehr gut. Leute, heilen, heilen. Ja, er heilt mich, er heilt mich, er heilt mich. Okay, er heilt mich auch. Er heilt mich. Sehr gut, ich habe fünf Kills. Ja, mach heute noch. Ich halte mich erst mal komplett hoch, ne, mit Medikid. Ich halte mich mit Verbänden hoch. Medikid habe ich eben schon genommen. Ich habe noch eins für dich, theoretisch. Ja, ich habe mich gerade schon mit Verbänden hoch. Okay, passt. Ich feiere es. Ich feiere es in den Modus. Hast du noch, hast du noch, äh, Schildi oder so? Nein, gar nicht mehr. Irgendwo war ein Lootjob, da ist er umgelandet, meine ich. Ja, ich habe gerade auf dem Berg, auf dem Berg hat man gerade wer gefaltet, ne, und die Tüte nur, dass er gar nicht da unten liegt, noch Medikid. Ja, hier ist noch Medikid. Darf ich das? Ja, ich habe jetzt drei. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich das nehmen soll. Ich weiß gerade nicht, von wo die schießen. Da oben auf dem Berg, ey, guck mal, guck mal, bei SW. Ja. Er piekt, er piekt. Wow, so knapp, Alter, ich habe ihn gerade fast getroffen. Oh mein Gott, fuck, ich habe ihn gerade auch fast getroffen. Bau, baue, 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 baue. Bau, baue, 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 baue. Warte, ich will selber bei sich bauen. War ja im Körper. Der, wie sollst du bei mir das Dach zugebaut? Ja, es war der andere Typ. Ich glaube, niemand ist es ja, ich weiß es nicht. Nee. Fuck, war das knapp. Ich habe halt keine Materialien, Julian. Kann ich zu dir kommen, wenn du bist? Ja, komm her, komm hoch. Ja, kannst du kurz bearbeiten? Warte, 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 ich muss mal was ist. Kannst kurz bearbeiten. Ah, warte mal, nee, warte, geht gerade ganz schlecht, da hinten ist Gott. Nein. Irgendwas Fängnis hat gerade wer geschossen. Ich muss mal kurz aus zu euch kommen, hier. Robin, wo bist du? Ja, hier, ich habe keine Matsch, Julian. Ja, komm mal her, komm mal hier rein. Nee, warte, warte, wir müssen hier raus. Warte, warte, warte. Genau, vor uns. Wo genau sind die? Genau, vor uns. Genau, vor uns, Botwernabell. Was macht der denn? Komm, den kriegen wir. Sobald nur noch zwei andere Leute leben, push ich, ne? Also, sobald er weg steht. Okay, push. Nein, ich muss nachladen, ich hätte den fast gehabt. Dann nicht mal feierlich. Boah, immer wenn ich schießen will, muss ich nachladen. Sein Mate kommt. Wo, wo genau? Nochmal Cordis. Der Schwacki ist gerade hinterm LKW und heilt ihn. Ja, ich bin auch ganz knapp drin hier oben. Oh. 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 Sehr gut. Ein einziger Scheißperson, komm, ein einziger noch. Die Suche beginnt. Die Suche beginnt. Die Suche beginnt. Wo ist der Baum? Hätten wir jetzt halt hier so Rock-Longer oder so und dann könnten wir das ganze. Wo ist der? Ist der Haupt-Infektorin? Scheiße, ich habe ihn gerade gesehen. Also ich gucke drinnen. Bist du unten drinnen? Ja, ich bin unten. Der Typ kennt halt irgendwo. Ja. Siehst du ihn? Ich kann mir denken, wo er ist. Der Typ kennt halt irgendwo. Hier unten. Hier unten ist er. Ja! 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 Ja, nice! Boom! Geil, Alter! So nice! Sieh! Er hat hier unten eine Falle hingebaut und er hat gedacht, dass wir alle reinlaufen. Das läuft. Also du musst jetzt gehen, oder was? Ja! Also ich mache jetzt aus. So nice! Alter, Juno, was war das für eine Runde? Leider kriegt man jetzt kein Ding ins, ne? Nee, leider nicht. Okay, dann. Alter, du hast das erste Mal, ne? Jo, ist der nächste, für zwei. Okay, dann tschau. Tschau. Tschau Leute. D, einfach mal feierlich. Bonita. Nita! Hm, bis der mich hört, ist jetzt schon wieder... Ja, robber. Junos! Ja. 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 Ja.